ich glaube das ist das ding wo ich vorhin auch dran verzweifelt bin jetzt habe ich eine vermutung wo es ist wahr ich glaube ich weiß es ich habe eine idee ich habe eine idee sehe ich dich von hier aus dass ich dir vielleicht irgendwie helfen kann ich glaube ich bin hinter dem felsen ich glaube hier akkus also ganz im ernst ich bin der meinung dass das eigentlich diese insel sein müsste die ich von jedem von dem boot aus sehe so jetzt ja nicht direkt hier ein markus ganz dahinten die richtung ich habe gleich ich gehe schon da ist ein ding skelett wo ich habe keine munition sie ist das am strahl deswegen war ich gerade so ein bisschen damit dem mit dem schiffspark an der seite ja 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 ich glaube ich wollte auch schon aber dass das die insel ist daran hier muss sein alter 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 warte mal ich gebe an unsere karte doch ist da noch eine angestochene kiste ab sie auch etwas mitgenommen haben ob sie auch zehn dublonen bekommen könnte sein ich habe auf jeden fall wesentlich jetzt ganz viele ich habe in dem moment nicht oben hingeguckt ich habe jetzt auf jeden fall wesentlich mehr als ich vor dem vor der runde hatte nice blubbel und verwunschener seefahrer ich habe den schnitt er gekriegt sollte es nicht 50 geben ja ich glaube ich brauche noch ein oder zwei sofort was habe ich denn jetzt der 50 ist die legendäre schnitte da brauchst du doch noch zweimal diese quest ich habe schon dreimal mit toten kopflagge geschafft genau ja dann bringen wir schnell die kisten zurück und dann mache ich aus was habe ich denn jetzt für eine quest geschafft war denn das jetzt ich habe es nicht gefunden jetzt ihr habt es nicht gefunden was ich geschafft habe ja ab an bord wollen wir zum decke outpost der ist hier gleich nördlich nördlich ja genau fängt gut ja das ist der wo ich letztes mal hingerudert bin ja genau mit dem Ruderboot ich auch gesungen row 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 your boat beschütze dich längli ja man skelette ja man skelette komponiert du meine güte hat einiges mitgemacht die kisten sind auch noch drin ja im balboot sehr gut schreckt geil aus die frage ist halt die frage zählt das auch als schiff zählt das auch als was auf dem schiff für diesen einen für diesen einen ja dann müssten wir ja 20 stück gleichzeitig haben das haben wir das sind keine 20 ne hätten wir vorhin die quest müssten wir machen ohne dazwischen mal abzugeben dann haben wir auch glaube ich aber ich trau mich nicht ja das ist immer das krisencode an was wenn dann einer kommt dann sitzt man sich umwerbt aber irgendwann musst du was machen und es geht nicht um irgendwas ja das stimmt vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwölf dreizehn das waren glaube ich zehn stück waren es glaube ich auf der insel plus ein zwei die wir nach vorne gefunden haben also wir kommen auf reinfall auf das kann ich mir nicht vorstellen ja genau da hätten wir wie gesagt vorhin die zehn die wir schon hatten drauf lassen müssen das nächste mal ja das läuft ja nicht weg genau außen posten dagger 2 was ist denn das für quest dieser goldwater quest oder was denn die frage die verstanden sich mit den mit den 20 schätzen ach so von xbox sammelt ruhen mal hier und mal dort und bringen ihre insgesamt 20 vor ah cool 60% habe ich davon geschafft das heißt zwölf ruhen hatte ich wohl mal gleichzeitig als höchstes boom alle tot galli instant gesunken boah denk mal dass die das spiel verlassen haben galli instant gesunken stopp wie übel und 20 kisten für mich hohohoho hot das ist halt schon mega fies wir haben vielleicht gerade den erfolgreichen ich dachte geil wir haben 20 kisten auf einmal an bord ja genau uuuu 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 Soll ich die Schießpulverfässer auch mit runter bringen? Die vordere Segel mal hoch. Die Schießpulverfässer geben wir auch ab, ja. Vorderes Segel ist oben. Ja, passt super. Ich leg die vorne auf den Bug. Ich wollte sagen, die bringen wir so weg. Ja, 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 ganz sicher. Die kommen nicht ins Beiboot. Die machen wir einzeln. Oh, das Segel, ja. Moment kurz. Ein bisschen noch. Ein Viertelimpuls, bitte, Käpt'n. Oh, ein Viertelimpuls, Moment. Also mehr als ein Viertel ist halb. Ja, jetzt nach oben, genau. Ganz hoch? Ah, nee, noch nicht, noch nicht. Und... Jetzt nach oben. Ist rum. Super. Klasse. Da unten liegt noch eine Meldungfrau und Saphir, gell? Falls... Ah, richtig. Nicht, dass wir den vergessen. Ja, den kann ja einer direkt rüberbringen und wenn du rüberpaddelst. Ja, ich paddel rüber. Ja, ich paddel rüber. Oh, mein Anker rein. Bring den Dings... Wir haben gesagt, äh... Voodoo. Voodoo, ja. Voodoo, genau. Voodoo, genau. Ich glaube, das Schiff hat Schaden genommen. Nicht, dass es zu viel ist, obwohl es ja eigentlich schon fast aufgrund hat. Nö, also kaputt ist nix. Okay. Außer, das Beiboot ist ja weg. Ha. So, bin da. Ich lade die Kisten aus, dass man dieses umständliche aus dem Beiboot rauskommt. 1500, entleckt mich am Ärmel. Geil. Ihr könnt dann die Truhen rüberbringen. Ja, ich hole noch die Dings gerade, die... Oh, du holst du es? Schießt bloß er fast? Ja. Okay, gut, dann fang ich schon an, die Sachen wegzuholen. Wir sind gleich fertig, wir bringen die letzten Truhen gerade zurück, dann höre ich auf. Hast du mitgezählt? Mit was? Die Truhen, ich würde mich interessiert... Nee, ich hab' nicht mitgezählt. Okay, also ich gebe jetzt die erste ab. Eins. Meine Kraftzahl. Eins. Ah, ah, ah. Zwei. Ah, ah, ah. Jetzt zähle ich durcheinander, ich hab' noch nicht die zweite abgegeben. Entschuldigung. Alles noch ausfallen? Sehr gut. Ach, ich bin jetzt Ruderboot gesetzt. Ja, nein. Aufnehmen, wo das Käpt'n ist. Ah, ah, ah. Hast du vergessen. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ey, okay, jetzt könnte auch einer eigentlich hier vor Ort zählen. So, jetzt können wir weitermachen. Gibt es jetzt die dritte ab, Sevi? Ja, ich hab' die dritte. Dann komm ich mit der vierten direkt hinterher. Drei. Drei. Vier. Fünf. Löse ein gestohlene Truhe des Käpt'ns ein, hab' ich gerade gekriegt. Ah, das ist die Quest. Genau. Cool. Ist auch ein Xbox-Ding. Ja. Stimmt. So, was war das jetzt? Fünf, oder was? Ja, du hast jetzt sechs. Sechs. Sieben. Acht. Sieben. Das ist mega gut für dich, eh, Langley. Dein Level. Ja. Der war'n Bruder ja auch. Neu. Ja, genau, das stimmt. Der brauch' ja auch noch. Der hat auch noch keine Legende. Zehn. Elf. Ohhhh. Glückszahl. War der für Piraten vielleicht die Glückszahl. ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade fast ein komplettes level gemacht mit den schuhen so geil auf 31 26 und 29 so kommt er jetzt immer noch ja aber er kommt kein aber nie leppel fortschritt kommt doch da ist jetzt schon bei einem ein und dritten level hast du da der flaschenpost ja war mega geil und es geht als weiter es geht als weiter und wir haben heute echt richtig geil gekämpft heute ja auf jeden fall erfolgreich auch cool wir haben geschafft bekommen 29 in halb jetzt was hat was hat die dings hast du für eine belobigung gekriegt gerade kapitän stufe 2 ok ich wurde vom blitz getroffen und habe dadurch eine flaschenpost erhalten die von dir also sitzt die dings wahrscheinlich durch wenn ihr wenn ihr wenn ihr gott sagen möchte hör auf mit dem geklimper das klingt nicht gut das war echt geil ja genau da kann ich mir doch noch mehr essen machen bevor ich dann ins stadion gehe ja super optimal hat er gut gepasst mein bruder sehe ich dann ja der geht ja auch mit ja klar ja klar cool jaja ok wunderbar das war alles angegeben dann logge ich mich auch genau ich auch also dann noch einen schönen Tag ja euch ja auch gerne bis zum nächsten mal ja gerne bis zum nächsten mal Servus Ciao 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 Ciao